Das Schachspiel ist ein ganz besonderes Spiel. Bekanntlich ist es Jahrtausende alt und zieht die Menschen noch bis heute in seinen Bann. Ein sehr guter oder gar ein Schachweltmeister ist ein Star, ein Mensch mit einer ganz ausgeprägten Begabung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017